Nur minimal der Winkel. Also wir müssen auf jeden Fall bei EOD noch mal reinschauen, ob die es schon geschafft haben, einen neuen Held mit reinzubringen. Und guck mal, schön weihnachtlich mit dem neuen Update. Ich glaube, das ist aber auch das Einzige, was die verändert haben. Ein Weihnachtsbaum? Also das ist eine Power Note, okay. Cool. Okay, wir müssen es aber noch so gar nicht weiter ausbreiten. Ich würde sagen, wir bauen erstmal hier so ein paar Blütchen hin. Und, ja, abbauen können wir nicht. Boah. Okay, so wirklich gefährlich hört sich die Kettensäger ja nicht an, ne? Du hast nur Arbeiten, war sehr entspannt. Das freut mich. Dit freut mir. Muss ja auch mal sein, oder? Ja, der ist auch neu hier. Dieser Kollenschwinger. Ja gut, die Kleinen sind jetzt noch relativ harmlos, ne? Let's get moving! Ei, der greift auch mal an! Böser Weihnachtsmann. Äh, Schneemann, Entschuldigung. Weihnachtsmann. Give me something to slaughter! So, kommt, weiter hier gucken. Oh, welchen Teil spielst du von GTA? Hey, bis morgen der Weihnachtsmann. Wen überrascht du? So, was können wir denn schon aktivieren? Oh, das hört sich auch nicht schlecht an. Und Energieschild. Drei Level-Varianten. Okay. Ähm. Das hört sich schon mal sehr gut an. Gucken wir mal direkt mal aus, ne? Zerstöre. Okay. So wirklich stark war das jetzt nicht, aber... GTA 5. Ja, nice. Let's get moving! Out of my way! Give me something to slaughter! Ähm... Menü. Also, mir ist die Stimme von dem Typ ein bisschen zu laut. Audio, Environment, Voices. Gut, dass es besser passt. Ich glaube, ja, oder? Okay, mein Headset ist auch ein bisschen laut. Let's show them what we got! Also, wir haben jetzt natürlich ein bisschen Quark zurück. Rumgepimmelt hier. Neun. Nehmen wir neun. Zwölf. Aber jetzt müssen wir schon mal Steinen. Give me something to slaughter! Oh, wir haben direkt hier... Leckerschen in der Gegend. Ich glaube, ich muss dijo... Ich glaube, wir sind doch sowas. Ich glaube, wir haben direkt hier nicht die ein bisschen zu machen. Ich glaube, ich werde diese Zeichen nicht verlieren. Ich glaube, wir sind doch sowas, wöchern. Ich sage, dass wir nicht in der Gegend sind. Hier ist doch einfach die Leute. Ich sage, dass wir mit ihnen nicht in der Gegend sind. So, wenn Sie, dass du das Video ausfüllen ist. Ja, das ist die Welt. Wir müssen doch nicht ein bisschen in die Hölle sein, Ich sage, dass sie nicht mehr so gemacht. Und die Höhreste. Und die Handlung... Ich sage, dass sie irgendwie nicht in dieser Weise ein bisschen zu tun. Ja, das auf jeden Fall. Sein Achtsmann ist man auf jeden Fall der Held. Oh. Bringt das aus, wenn die Schneemänner hier killen? Aua, 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 der ist ein guter Angriff, du. Okay, Material haben wir auf jeden Fall genug hier. Heilen ist immer gut. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal hier drumherum etwas ein bisschen an Platz schaffen. Let's get moving. Give me something to slaughter. Mehr oder weniger müssen wir uns jetzt weiter nach außen arbeiten, ne? Let's show them what we got. Let's get moving. Just do it. Make your dreams come true. Mama, Alex. Herzlich willkommen. Wie geht's dir, Alex? Äh, bis Neujahr, Doc. Bis Neujahr. Dritter. Muss ich erst wieder. Aber hab ich auch bitter nötig, glaub mal. Der Dezember war doch noch anstrengend. Ich hab gedacht, er wird ein bisschen lauer, aber... Äh, äh. Das ist immer so, ne? Oh, was bist du denn? Okay, hält ein bisschen mehr aus. Also, ich bin mir noch unschlüssig, ob der neue Held wirklich so gut ist. Ich hoffe, der levelt gleich mal irgendwann. So, stopp mal kurz. Wir können nämlich jetzt ordentlich was bauen. Ne Road. Also, wie gesagt, es kam ein großes Update. Research. Okay, wir haben noch genug. Waracken. Wir haben jetzt auch ordentlich gespart, ne? Also... So, warte mal. Die Straße. Sind wir dann schneller, wenn wir drauflaufen? Ufem Speed is passing. Oh, 50% Geschwindigkeit mehr. Das ist natürlich heftig. Ja. Sollen sie erst mal aufbauen. Wir machen hier weiter. Ei, 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 ei. Sehr schön, Alex. Bei mir ist auch alles gut. Schon gerade gesagt, ich habe Urlaub. Mir kann es nur gut gehen. Wieder so ein Schneemann. Oh, nicht auf meine Einheiten hier. Let's show them what we got. Gut. Jetzt wollen wir nur noch hier unten ein bisschen safen. Komm mal hier lang. Ich will mal hier lang. Ich halte mich da lieber raus. Ich halte meine Erfahrung und... Let's show them what we got. Okay, Doc. Okay. Danke dir, Doc. Danke dir. Werde ich auf jeden Fall genießen. Wie gesagt, das musste mal... Die Auszeit musste jetzt mal sein. Da bin ich ganz froh drum, ne? Die Auszeit musste ich auf jeden Fall genießen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, was noch so alles kommt. Ähm, wie gesagt, großes Update kam hier rein. Let's show them what we got. Ja, komm, wir gucken es mal. Oh, ne. Die anderen Gebäude sind natürlich jetzt nicht weihnachtlich aus. Aber die Hauptbasis halt, ne? So, was haben wir denn hier? Ähm... Defense nehmen wir mit rein. Wenn wir schon mal frei gespielt haben, ne? Boah, wir haben Stein komplett full. Ähm... 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 Ach ja, wir müssen researchen, ne? Scheiße. Metal collector... Fullstation... Ich verstehe die Problematik. Hören wir mal alles mit rein. Das ist sehr schön, Doc. Das ist sehr schön. Hm. Finde ich sehr gut, wenn ich mich verständlich ausdrücke. Nur manchmal. Ähm... Wo ist das Ding? Hier. Der Van jetzt, boom. Weiten uns mal in jeder Richtung aus. Jetzt schön, da rennt es. Wir haben ja jetzt ordentlich, ähm... Material gesammelt. Hier ist es auch schön, dass die Materialien hier oben rechts angezeigt werden, ne? Also, ich sitze eigentlich nur noch vor diesem Baumenü hier unten, ne? Ich würde vergessen, was das hier war. Ah, okay. Ja, wir müssen natürlich auch noch was anderes abbauen, ne? Ich hab' kein Geld für, ne? Ja. Dann lassen wir dies. Ich würde sagen, wir bereiten uns erstmal hier nach unten aus. So noch ein Stück, ne? Boah. Hast du es, wenn ich keine Kohle hab?